Die Jungs von Revolverheld auf der Bühne und das während der Schulzeit und mitten auf dem Schulgelände. Das war nicht nur für die rund 1000 begeisterten Schüler in Wemding eine willkommene Abwechslung. Es war super, es hat viel Spaß gemacht, war in der Tat für uns was ganz anderes. Und dadurch natürlich auch sehr aufregend, wir spielen natürlich viele Konzerte abends und in Clubs oder in Hallen und das ist dann schon mal was ganz anderes.